moin moin und hallo leute hier bin ich wieder euer washi ich habe ein paar klassen älterungen vorgenommen hier ist nicht mehr die die cm 901 drin ist gar mit schalldämpfer dann sind alle abschlussserien anders die sind höher hinaus wie man das eigentlich sehen sollte dann schalli ist auch eine andere waffe welches vorher war weiß ich weiß ich glaube ich nicht mehr und ja schmeckt gut wenn man bedenkt es ist gerade 9 uhr es war noch nicht früher war ich frühstücke nebenbei ich hoffe stöne ich das sollte nicht ich versuche so viel zu möglich so viel wie möglich zu reden wir spielen herrschaft ich mag herrschaft und abschluss bestätigt irgendwie am meisten mittlerweile schon herrschaft und 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 level 23 und wir haben level 14 kann interessant sein kann aber nicht gesagt es wird interessant ich hoffe man hört sich da ein bisschen schnupfen und wenn ich es ist und wenn wenn ich wenn doch ist auch hier nicht so schlimm ich habe bock aufzunehmen mich ich hoffe ihr bock zu gucken und ich habe mir wieder trinken hingestellt nachher verreck ich wieder was wollen wir alle nicht oder wollt ihr es doch weiß ich nicht ich überlege schon mit welcher waffe ich spielen möchte aber ich denke mal ich bin wir erstmal mit den waffen die neue sind könnte ein bisschen lenken weil ich gerade wendere und noch nebenbei spiel ich habe gedacht das wird er eben von uns auf der brücke könnt ihr mal sehen wie blind ich bin na wo seid ihr oben sterben noch wieder welche von mir da hinten war auch einer was ist denn der hallo das eigentlich stehen wir mal da hinten auf der plattform mal voll die dreckigen camper sollen wir verlieren alter kennt doch noch mehr ich bin köpfe ich habe ja auch gern aber nur der ort weiß dass da noch mehr mag schalldämpfer weil wenn man ein köttdämpfer nicht hat dann wurde man nicht angezeigt also wenn man jetzt schießt denn wird man eigentlich so als roter punkt bitte simulieren roter punkt roter punkt da roter punkt angezeigt und weil und weil man wenn man schalldämpfer hat ist es nicht so ich bin grad schlecht man weil ich nachgeladen habe irgendwo mongopirat lol was los war die bombe da ist er hin gehen wir halt jetzt in den nahkampf über die mt7 auch eine schöne waffe so dann sehen wir mal hier wo die hinten ist da steht einer das war der der ist weg von da hinten kommen welche dann begeben wir uns mal auf den weg die mt7 das war die das die waffen die habe ich mit schalldämpfer also auch schalldämpfer und schnellfeuer ich da meine wissen ja ja man kann da durchschießen sollte man wissen vielleicht wusstet ihr es auch nicht denk wohl heck man kann da durchschießen warum genau ich stehe aus so wie ein affe ich sage auch so wie ein affe ehm da 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 Boah, taktisch geworfen, aber nichts getroffen Explodieren Ist das unser? Ah So Der war einmal Vor langer, langer Zeit lebendig Ist das? Den haben wir auch noch War aber knapp Nein, ich wollte Krabbmesser Ich zück mich irgendwie Ich hab mir jetzt abgewöhnt, das Messer zu zucken Ach, hast du schon getötet? Du bist ja gut Oh, das Latschen war da Was hab ich mal Toll Zwei Ich bin so fail Aber ich bin nicht letzter Geiles Gefühl Das muss man sich mal angewöhnen Zulegen und dann zu schießen Kann ich aber nicht Kann man die eigentlich auch zurückwerfen Weiß, dass man die hier Zurückwerfen kann Deswegen mag ich so welchen Waffen Weil statt Rotpunkt Visieren Wird das dann nicht angezeigt Aber das Visier Existiert ja immer noch Weil es nichts mit Technik Und sonst was zu tun hat Ich versuche mal jetzt Ich versuche mal jetzt Einen auch Ohne Anvisieren zu tun Wenn er nicht weit entfernt ist Obwohl EMP Alter Gib mir auch nochmal Headshot 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 Oh, wie er immer mich treffen muss Da kann man eigentlich nichts mit zu sagen Wie hat er mich denn gesehen? Hackt er ein bisschen Kann ja sein, kann ja sein Wie kommt man da eigentlich hoch? Pfuh Pfuh, pfuh